Musik Ipadcast ist der Schaller und willkommen zurück jetzt zu einem neuen Video Wir sind zurück auf ReaverGames.net Freunde und ihr habt es schon im Titel gesehen Wir wollen heute ein bisschen die Leute auf ReaverGames trollen Und zwar versuche ich einen Beacon auf Englisch zu kaufen Freunde Das heißt Ich packe einfach mal ein schlechtes Englisch aus Und ja Guck mal wie die Leute reagieren Und das Ziel ist es einen Beacon zu kaufen Freunde Ja Jetzt hat es euch gefallen und ich in Zukunft Es öfters versuchen soll Die Leute hier auf ReaverGames ein bisschen zu trollen Dann lasst gerne positive Bewertung Abonniert auch gerne den Kanal um nichts mehr zu verpassen Auch gerne die Glocke aktiviert Freunde wir starten jetzt auch direkt los Ja Und versuchen mal einen Beacon auf Englisch zu bekommen Freunde Bis gleich Und da sind wir auch schon beim ersten Und zwar bei Mary Mantis Die schreiben wir mal jetzt an Und dann mal gucken Wie sie reagiert wenn ich jetzt auf Englisch schreibe Und zwar habe ich hier eine kleine Funktion Wo ich perfekt auf Englisch schreiben kann Ähm Wie viel Will's Ähm Ne warte mal Muss ich erstmal so machen Bum 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 Slash R Und dann How much Do you Want For One Beacon So mal gucken wie sie jetzt drauf reagiert Oder RCS Die weiß ich jetzt nicht 2,5 K Mh Slash R I Mh Das reagiert ganz normal drauf Das überrascht mich Mal gucken ob es Ob RCS 2,3 K macht Beacon sind sehr teuer Freunde falls ihr euch fragt warum Ich so viel Geld wieder habe Ja Ne sorry Bin Ich muss ja Muss ja seriäres wirken What Ähm Der liebe Onkelitachi Ähm Wer weiß noch Elektrojaner Und das hat mir auch Viel Geld gegeben Ähm Ja Über 200 K Haben die mir glaube ich gegeben Ist Minimum Ähm Slash R I Don't Understand Mal gucken Freunde ich versuche ein bisschen zu Mal gucken wie er reagiert Ähm Und ja wir haben die mir ein bisschen Geld gegeben Dass ich mir Was kaufen kann Und ja Grüße gehen raus I want at last To Ah for one Hm Okay Ah Okay Ist okay Mal gucken Ein bisschen ärgern müssen wir ja Freunde Ähm no Okay Antworten auf englisch Freunde Ähm Okay I I Take That Ähm It says Can I buy To Okay Freunde er reagiert ganz normal also ich habe jetzt eigentlich nicht gerechnet dass er so Normal reagiert auf course okay Slash R I Take Two Also 5000 für zwei Beacons Freunde denke ich Ne Ne 4800 Okay Then pay please Mmh 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 So No Nein I Mean Mist Ich habe mich selber verladelt Freunde ähm Ja wie gesagt wenn es euch gefällt und ich das mal noch öfters machen soll dann von 9 Na okay dann pay ich jetzt slash äh can I pay What can I pay ja keine Ahnung Grundschule Englisch Freunde wundert euch bitte nicht Auf jeden Fall wenn ihr mehr davon sehen wollt gerne positive Bewertung da lassen Und jetzt please okay slash pay mary mentis 4900 dann sollten wir zwei beacons bekommen die bekommen wir auch freunde let's go Slash R Thanks So Gut Freunde dann machen wir noch eine und mal gucken wie er dann reagiert Also wie die Person dann reagiert und dann sehen wir uns gleich wieder Freunde Und da sind wir auch schon wieder Freunde beim einfach Atom Äh mary mentis hat gerade nochmal geschrieben msg Also ich spreche kein deutsch also jetzt gerade und er hat einen kleinen shop Freunde Und dann möchte ich mal gucken was hat er hier so schönes Widerkopf Eine Rüstung Mal gucken was kann man hier so kleines schönes kaufen wenn er auch Ehrenmann ist Hier geht's nach oben okay Grundstück sieht ganz gut aus Freunde Oh mein Gott FSK 18 Karten kann ich hier nicht im Video zeigen Äh ist nicht so lustig könnte hier oben ähm sehen Ähm okay Ich glaube ich kaufe tatsächlich mal einen Winnerkopf da mir Mit meinem Geldabdoll das Dracheneis zu teuer ist Ähm Ich bin sehr überrascht dass die Leute nicht so überrascht wirken Also ich es wundert mich sehr besser gesagt Because I'm from Germany and all in this shop is written on German Nein handelt mothers is ok Mal gucken ob er 900 macht Ähm Bezeigt nur 900 Freunde chand Hertie Vielleicht Ähm ich weiß von vielleicht ist es nicht richtig oder so aber auf jeden fall also etwas steht mich auch das ist cool hey einfach atom 900 mal gucken ob er mir okay von einer sache möchte ich noch kaufen da wir wissen dass das gern frei ist oder was ich hoffe nicht mehr freunde ich beende an der stelle dass wir haben zwei beacons bekommen wir haben einen schädel bekommen wir sind gern frei rauskommen und das auf englisch freunde mega mega cool ja ich hoffe es hat euch gefallen freunde wenn ich das auch von anderen zitieren ausprobieren soll dann schreibt sie mir gerne kommentare in welchen oder auf welchen ein euro was ein stadt dafür nicht anfing ja jetzt schreibt gleich ausverkauft und ja ich hoffe es hat euch gefallen freunde wie sagt schreibt mir gerne euren wunsch in die kommentare ich kann es immer auf city bild 1 versuch aber ich glaube da bin ich ein bisschen zu bekannt aber mal gucken freunde ich wünsche euch auf jeden fall noch einen schönen tag haute rein und dann ciao freunde